Hallo liebe Audio-Freunde und speziell liebe Vinyl-Freunde. Heute geht es um ein ganz ganz brisantes Thema, nämlich den Azimut. Was ist der Azimut? Zunächst mal, wie schreibt man denn Azimut? Azimut wird im Netz immer wieder mit H und ohne H geschrieben. Ich habe noch mal nachgeguckt zur Sicherheit. Ohne H ist die korrekte Schreibweise für alle Rechtschreibfans. Zurück zum eigentlichen Thema. Was macht der Azimut? Der Azimut ist im Prinzip der Winkel und zwar der horizontale Winkel, mit dem die Nadel in die Schallplatte eintaucht. Weiter ganz okay. So denkt man sich. Muss das ausschauen in der Theorie. Ist auch richtig. Wenn man dann aber mal nachmisst und sich Tonabnehmer genauer anschaut, verhält es sich in der Praxis leider nicht so, dass die immer perfekt gefertigt sind. Denn nur dann wäre ja dieser 90 Grad Winkel, in dem der Tonabnehmer montiert ist, der richtige. Ich habe ungefähr schon 50 Tonabnehmer in meinem Leben vermessen dürfen und ich würde mal sagen, dass dann nach der Messung auch dieser Idealwinkel beim Azimut rauskam, war vielleicht in einem Drittel der Fälle der Fall. Das ist ziemlich wenig und das heißt übersetzt, dass unsere lieben Tonabnehmerhersteller durchaus Schwächen haben, eine gewisse Fertigungskonstanz auf die Reihe zu kriegen. So viel Kritik muss erlaubt sein und es ist nichts als die nackte Wahrheit. Aber das Schöne ist, man kann dem Ganzen entgegentreten, indem man ein Azimut-Messgerät verwendet. Ich habe heute eins mitgebracht von Musical Surroundings, das Forzkometer in der Version V2. Es gibt auch andere Messgeräte, beziehungsweise es gab auch andere Messmethoden. Adjust Plus war eine Software von Dr. Feikert, die zusammen mit einer Messplatte und einer Soundkarte benutzt werden konnte. Da hat man sehr gute Werte für Azimut, aber auch andere Plattenspielereinstellungen ermitteln können. Nur leider, diese Software wird nicht mehr vertrieben. Und dann gibt es noch das Pegeldifferenz-Messgerät von Sperling Audio. Das ist ein sehr, sehr exaktes Messgerät, ist aber leider mit 1500 Euro oder noch teurer für viele nicht wirklich erschwinglich oder viele sehen dann auch den Gegenwert oder den Nutzen bei so einer Preisklasse nicht mehr. Von daher ist es schön, dass Musical Surroundings dieses Forzkometer in der Version 2 neu aufgelegt hat. Das gab es ja schon mal. Es ist jetzt nochmal verbessert mit einer verbesserten Messgenauigkeit, mit der Möglichkeit, es mit Batterie zu betreiben. Ist eine tolle Sache und kostet jetzt 459 Euro. Dann kommt noch dazu eine Test-Schallplatte. Das ist diese hier. Und zwar sollte man und muss auch diese verwenden, weil es ist aufeinander abgestimmt. Das ist die Ultimate Analog Test-LP. Ansonsten auch eine schöne Testplatte über die Azimut-Messung hinaus, weil man da auch Tracks vorfindet, zum Beispiel für Anti-Skating-Messungen und vieles mehr. Gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, wäre ein eigenes Thema, die ganzen Einstellungen. Aber auf jeden Fall ist hier etliches drauf, dass man auch über die Azimut-Messung hinaus gut verwenden kann. Was braucht man jetzt alles, um den Azimut professionell zu messen? Man braucht dieses Gerät hier. Man braucht, wenn man es mit dem Strom betreibt, hier, da ist so ein kleines Netzteil dabei, noch so einen Adapter, den man sich besorgen muss für die deutschen Steckdosen. Man braucht, wenn man ein symmetrisches abgeschlossene Tonarmkabel hat, solche Adapterstecker. Chinch auf XLR Female, wo man dann gegebenenfalls eine XLR-Kabel reinstecken kann. Und man braucht noch eine Wasserwaage, damit man die Schiefstellung des Tonabnehmers bzw. des Hadshells exakt kontrollieren kann und auch dann anhand dieser Range, die hier auf dieser Wasserwaage drauf ist, sehr gut testen kann. Okay, jetzt habe ich die Stellung ausprobiert, jetzt gehe ich noch ein halbes Grad höher und so weiter. Also man hat hier sehr gute Kontrollmöglichkeiten. Genug der Theorie, jetzt wird gemessen. Bei der Analog Test LP gibt es drei Tracks, die für die Messung wichtig sind. Nummer 1, 2 und 3, wer hätte es gedacht? Wenn ich den ersten Track auflege und das Ganze mache ich natürlich bei einem waagrechten Hadshell, wie ihr hier seht, dann sollte die Nadel direkt auf der Null stehen bleiben, wenn das Centerlämpchen grün leuchtet. Das ist die Messung der Kanalbalance. Wenn die ziemlich schlecht ist, würde die Nadel ausschlagen und dann würde gleichzeitig Left oder Right rot aufleuchten. Wenn das der Fall ist, ist auf jeden Fall in Sachen Azimut eine größere Korrektur notwendig. Hier sehen wir, passt das ganz gut. Jetzt kommt der zweite Track der Testschallplatte dran und jetzt sieht man, dass das linke Lämpchen aufleuchtet und ein entsprechender Wert angezeigt wird. Das ist jetzt nicht der absolute dB-Wert der Kanaltrennung. Das geht zwar in die Richtung, aber es wird explizit darauf hingewiesen, dass es eben eine, ich sage mal, relative Skala ist, wie auch immer. Jetzt geht das Ganze auf den dritten Track über und jetzt sehen wir, dass der rechte Kanal einen Ticken lauter ist. So, jetzt probiere ich, um mich dem Idealzustand anzunähern, mal eine Einstellung von, ja, ich sage mal, einen guten Grad, wo ich das Headshell jetzt nach außen gedreht habe. Das ist jetzt eher visuell eineinhalb Grad. Ich habe jetzt nicht alle Einstellungen immer gefilmt, nur dass er einen ungefähren Eindruck kriegt. Also ein Grad ist ein Ticken weniger und wenn man sich jetzt die Ausschläge anschaut, sieht man, der linke Kanal ist jetzt besser geworden. Der ist jetzt um die 30 und wenn das Ganze jetzt auf den rechten Kanal switcht, dann ist der schlechter geworden als vorher. Also der kratzt dann so an der 25. Also das war es noch nicht, das war zu viel des Guten. Jetzt gehen wir auf 0,5 Grad und machen dann noch mal eine Messung und jetzt sehen wir, der linke Kanal ist weiterhin ungefähr an der 30 und wenn das Ganze jetzt in den rechten Kanal übergeht, dann ist der auch ungefähr an der 30. Insofern wäre jetzt also für diesen konkreten Fall eine 0,5 Grad Drehung des Headshells notwendig, um die perfekte Position der Nadel in der Rille zu gewährleisten. Nachdem ich das nun gemessen habe und mit dem Frotzkometer und seinen Resultaten zufrieden bin, möchte ich natürlich wissen, was messen die anderen Messgeräte. Deckt sich das? Wie gut ist das Frotzkometer? Und habe natürlich mit Adjust Plus nachgemessen und mit dem High-End-Gerät in der wunderschönen Schatulle von Sperling, das habe ich nämlich auch hier und wollte es natürlich genau wissen und das Ergebnis zeige ich euch. Wichtig bei der Messung ist natürlich die passende Testschallplatte. Also wenn ich mit Adjust Plus messe, dann auch die Adjust Plus Testschallplatte nehme. Wenn ich die nämlich nehme und das Frotzkometer verwende, dann kommen nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse raus. Umgekehrt ist es übrigens genauso, ich habe das überprüft. Dann gibt es natürlich die Notwendigkeit, eine wenn möglich kalibrierte Soundkarte an dem PC anzuschließen und dann führe ich jetzt mehrere Messungen durch. Ich verschone euch jetzt mal mit den Einzelheiten. Das Ergebnis seht ihr hier. Ich sehe also auch hier, dass bei 0,5 Grad, sowohl was die Phasenlage als auch die Kanaltrennung angeht, der optimale Wert für dieses Tonabnehmer-System erzielt wird. Also da machen wir schon mal einen Haken dran. Jetzt geht es weiter zum Sperling-Audio-Messgerät. Da muss man zunächst mal die Lautstärke kalibrieren, auch wiederum mit einer eigenen Testschallplatte wohlgemerkt. Die schalte ich dann vom linken auf den rechten Kanal um. Dann sollte es schon ungefähr gleich sein. Und dann gibt es die eigentliche Differenzmessung und die soll dann im Idealfall die Position 0 ergeben bei der entsprechenden Hadshell-Einstellung, die perfekt für den Azimut ist. Ihr habt es gesehen, hier passen die 0,5 Grad also auch, vielleicht nicht ganz hundertprozentig. Wie ihr gesehen habt, war noch ein Ticken weiter nach links. Ich habe dann noch mal exakter rumprobiert. Man sieht auch, die Lupe war hier nicht ganz, ganz auf dem Eichstrich bei 0,5 Grad. Und dann hat es genau gepasst. Und das dann noch mal mit dem Frotzkometer verglichen, das hat dann auch gepasst. Es ist einfach so, man darf nicht päpstlicher als der Papst sein. Und so ein Nadelstrich-Abweichung ist dann auch nicht die Welt und ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich hörbar. Haben wir jetzt den perfekten Azimut mit einem perfekt kalibrierten Gerät, mit der perfekten Einstellung am Hadshell, die sich daraus dann ergeben hat? Oder gibt es noch mehr, dass man beachten muss? Ja, es gibt leider noch einen Parameter, liebe Analogfreunde, der da auch Einfluss drauf hat. Zwar jetzt keinen Mega, aber ein bisschen schon. Das ist die Tonarmhöhe. Und was machen wir da? Früher bei Adjust Plus konnte man die absoluten Werte der Abtastung ermitteln. Die wurde dann in dB angezeigt. Und wenn man dann sozusagen den Azimut erst mal ermittelt hat, konnte man noch mit der Tonarmhöhe spielen und gucken, ob sich diese Werte bei einer anderen Tonarmhöhe etwas erhöhen oder schwächer werden. Und man nimmt natürlich dann die höheren Werte, sprich eine höhere Kanaltrennung. Das geht hier ein bisschen auch. Sprich, wenn diese Messgröße Tonarmhöhe einen Einfluss hat und man misst dann mit einer anderen Höhe, dann kann es eben sein, dass der Ausschlag auf dieser Skala etwas höher ausfällt als bei einer anderen Tonarmhöhe. Und dann würde ich empfehlen, natürlich die Tonarmhöhe zu nehmen, die den höheren Ausschlag hervorruft. Und dann sollte man aber nochmal akribisch in dieser finalen Höhe dann den Azimut nachmessen und nochmal optimieren. Weil es kann sein, dass die Werte dann ein bisschen höher gehen, aber dann wieder ein bisschen ins Ungleichgewicht kommen. Und dann muss man eben, um das zu perfektionieren, nochmal eine Azimut-Messung nachschieben. Nochmal der Bezug zu meiner Messung. Hier war es tatsächlich so, dass die waagrechte Position des Tonarmrohrs das beste Ergebnis geliefert hat, beziehungsweise auch keine allzu großen Unterschiede überhaupt aufgetreten sind, wenn man das Ganze mal höher stellt oder niedriger. Was ist sonst noch wichtig vor der Messung? Letztendlich ist es so, dass man das Gerät direkt an das Tonarmkabel anschließen kann. Man kann es nach dem Übertrager anschließen oder eben erst hinter dem Phono Pre anschließen. Je mehr Geräte natürlich dazwischen ins Spiel kommen, desto mehr potenzielle Fehlerquellen sind natürlich da. Wenn ein Phono Pre keine Kanalgleichheit hat, dann gibt er das natürlich direkt hier weiter und das Messsignal ist dann verfälscht. Hat aber natürlich den Vorteil, dass durch die höhere Signalverstärkung mit Übertrager oder Phono-Vorverstärker auch vielleicht das etwas genauere Resultat rauskommt, beziehungsweise die Skalenunterschiede dann nochmal genauer nachvollziehbar sind. Da sage ich immer, am besten probieren. Hängt wie gesagt vom Tonabnehmer, von seiner Ausgangsspannung, vom jeweiligen Phono Pre ab. Ich würde es immer aus meiner Sicht, wenn man das Gerät schon hat und da ein bisschen herumspielt. Ich würde beides machen und kontrollieren. Also einmal Tonarm direkt und dann eben einmal nach Übertrager oder Phono Pre anschließen. Ich zeige das nochmal hier an unserer Beispielmessung. Man sieht, der Ausschlag ist jetzt, wenn das Tonarmkabel direkt am 40 Meter hängt, deutlich geringer, um die 17. Aber die Kanalgleichheit zwischen linken und rechtem Kanal ist auch in dieser, in diesem Messaufbau einwandfrei gegeben. Was bringt uns denn jetzt klanglich der perfekt eingestellte Azimuth? Der bringt uns einiges, denn man kann sich ja vorstellen, wenn die Kanalgleichheit den optimalen Wert erreicht, dann habe ich automatisch natürlich eine bessere Stereowiedergabe, eine bessere Ortung. Die Stimmen stehen wie fest gemeißelt in der Mitte, vorausgesetzt die Aufnahme will das so, da wo sie hingehören. Insgesamt nimmt auch die Räumlichkeit insgesamt etwas gut zu, die Durchhörbarkeit. Von daher, man hat tatsächlich sehr gut nachvollziehbare klangliche Auswirkungen auf Basis einer korrekten Azimuthjustage oder man hat eben tatsächlich klangliche Einbußen, wenn der Azimuth nicht korrekt eingestellt ist. Liebe Analogfreunde, ich hoffe, dass ich euch mit dem Fotzkometer ein Instrument vorgestellt habe, das euer Setup verbessern kann und es dann in Zukunft vielleicht auch verbessern wird, indem ihr auf den Parameter Azimuth mehr Augenmerk legt, als ihr es vielleicht bisher getan habt. Wenn dem so ist, freue ich mich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald, euer AudioFreak.